Dalio hat erst vor kurzem ein neues Buch herausgegeben mit dem Titel Why Nations Succeed and Fail. Das Buch gewährt einen unpatriotischen Blick auf das Erstarken einer Supermacht und ihren späteren unausweichlichen Zusammenbruch. Ray Dalio zögert zwar zuzugeben, dass dieselben Schwächen, die er in seinem Buch beschreibt, auch diejenigen sind, die wir jetzt in den Vereinigten Staaten erleben. Aber die Fakten liegen klar auf der Hand, wie sie gleich hören werden. Die Vereinigten Staaten von Amerika könnten schon sehr bald in eine beunruhigende Periode des Niedergangs eintreten. Dalio nennt drei Anzeichen, die sich als Vorboten des Zusammenbruchs einer Nation zeigen. Sie wurden ausgiebig untersucht und bieten uns Anhaltspunkte über den Gesundheitszustand eines Landes. Soweit Ray Dalio. Um sich den ganzen Beitrag anzusehen, klicken Sie einfach auf den Link unterhalb des Videos. Ihr Team von Finanztalk TV